Heute formen wir die Welt neu. Ja, danke. Immer gerne. Hochwarn. Übung eingeleitet, füge Redaktion an. Seit Jahrzehnten kämpfen wir um den Kommunismus in Schach zu halten. Es heißt, dass Perseus nach zwei Jahren im Schatten seinen nächsten Zug plant. Wir wissen nicht wo oder wann, aber wir wissen, es wird groß. Schweiglinge und Schwächlinge führen unser Mutterland. Die Amerikaner und ihre NATO-Marionetten werden die Sowjetunion in die Knick zwingen. Wir beenden das Pakt und schlagen dann beide vernichten. Die Sowjets behaupten, Perseus sei ein Abtrünniger. Eine Gefahr für uns alle. Bleibt achtsam. Die sagen uns nie die ganze Wahrheit. Schadkontrolle, Sir. Ja, Sir. Codewort für Startautorisierung bestätigt. Ich erwarte Startbefehl. Sie schlafen fest zufrieden mit Ihrer Parade. Aber Sie haben nicht den Willen zu tun, was getan werden muss. Unsere Technologie gibt uns einen Vorteil. Wir spielen Perseus raus und schalten ihn aus. Die Supermächte werden fallen, Opfer ihrer Gier und Korruption. Aus der Asche werden wir ein größeres Russland erschaffen. Wir jagen ein Monster. Vergesst die Standard-Einsatzregeln. Wenn wir ihn aufhalten wollen, müssen wir uns die Hände schmutzig machen. Abbrechen. Die Übung ist hiermit beendet. Perseus lässt grüßen. Vergesst die Standard-Einsatzregeln.